Mein Name ist Patrick Jerschka und ich bin Auszubildender im ersten Lehrjahr beim Autohaus Michael Schmidt. Zurzeit bin ich am Counter, wo meine Hauptaufgaben die Terminvereinbarung und die Serviceannahme sind. Am Telefon kümmere ich mich um sämtliche Anliegen der Kunden, sei es eine Rechnung nochmal zu versenden oder einen Werkstatttermin abzustimmen. Was mir an der Abteilung gefällt, ist, dass man lernt mit vielen verschiedenen Kunden umzugehen und dass man sich durch die Vielzahl der Kundengespräche stetig weiterentwickelt. Und jetzt zeige ich euch noch kurz meinen Arbeitsplatz. Untertitelung. BR 2018